Hallo, ich bin Rebecca, ich bin 22 Jahre alt und ich arbeite seit 2017 hier im Kompetenzzentrum Seen im Pfaffenhausen. Ich habe jetzt erfolgreich meine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin absolviert. Hier im Pfaffenhausen steht der Mensch mit Sehschädigung im Vordergrund. Wir haben von Haus aus schon eine echt gute Infrastruktur, aber mir werden auch selbst immer wieder Chancen geboten, um Lösungsvorschläge in den Gruppenalltag mit zu integrieren, um die Menschen hier zu unterstützen. Und falls du jetzt auch Bock hast, hier im Pfaffenhausen zu arbeiten, dann melde dich doch einfach. Wir würden uns freuen.